Leute, absolute Breaking News. Einen Bitcoin Spot ETF, den wird es vorerst weiterhin nicht geben. Gestern Abend verschiebt die SEC die Entscheidung für sämtliche Bitcoin Spot ETFs und damit natürlich auch Black Rocks Antrag. Bitcoin dumpt im Anschluss und egalisiert sämtliche Gewinne vom Dienstag und wir müssen uns auf einen weiteren Abverkauf einstellen. Alles was du dazu jetzt wissen musst, bekommst du hier auf der Crypto Wall Street an die Hand und wir müssen uns natürlich auch auf den heutigen Tag vorbereiten, denn der NFP Friday steht hier vor der Tür. Die neuen Arbeitsmarktdaten aus den USA werden veröffentlicht, all das im heutigen Update. Falls es dir gefällt, würde mich natürlich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du komplett neu hier bist, lass gerne das kostenlose Abo da und starte jeden Tag bestens vorbereitet mittels uns in den Training Tag und verpass definitiv keiner dieser wichtigen Updates mehr und wir starten direkt mit der Analyse. Let's go! Starten direkt rein mit Bitcoin in der 4 Stunden Start und falls das gestrige Update Video nicht gesehen haben solltest, dann empfehle ich dir dies unbedingt zu tun. Für dich kurz eingeblendet, da findest du eine tiefgehende Analyse zu Bitcoin und Ethereum und vor allen Dingen gestern noch die Warnung ausgesprochen. Vorsicht, der Bitcoin Pump nur eine Falle, so ist es letzten Endes gewesen. Wir egalisieren den gesamten Gewinn vom Dienstag. Bitcoin wird abverkauft auf die Marke von 25.600 US Dollar. Wieso, weshalb, warum? Gestern Abend noch Breaking News gedroppt. In diesem Fall verschiebt die SEC die Entscheidung auf den Antrag von BlackRock auf einen Bitcoin Spot ETF und nicht nur diesen Antrag Leute, sämtliche Anträge, also auch den von Wisdom Tree, Valkyrie und Invesco und von daher die Period, also die Periode für eine Entscheidung um 45 Tage wieder nach hinten verschoben. Dementsprechend finden wir uns wieder in der Second Deadline, in diesem Fall in Richtung Mitte Oktober mit einer Entscheidung. Genehmigung, Ablehnung oder eine weitere Vertagung haben wir gestern bereits darüber gesprochen, denn es gibt weitere Deadlines, die die SEC hier letztendlich hat, also eine Verschiebung kann auch bis ins Jahr 2024 reinreichen. Das natürlich erst einmal auf Gegenwind hier an den Märkten gestoßen, der Markt wird abverkauft. Doch das sollte soweit keine Überraschung sein für alle diejenigen, die die Crypto Wall Street hier verfolgen. Wir verfolgen ganz klar den Fahrplan, hey, wir müssen damit rechnen, dass wir noch einmal tiefere Kurse sehen. Nur leicht tiefere Kurse, nichtsdestotrotz tiefere Kurse. Welchen Plan verfolgen wir genau? In diesem Fall, dass der Markt noch einmal abverkauft wird in die Region von 24.200 US-Dollar, respektive 23.600 US-Dollar. Wieso, weshalb, warum? Rührt daher, dass wir innerhalb dieser Strukturen hier laufen. Bullische Strukturen in hellgrün eingezeichnet mit Zielleveln in der Region 35.000 US-Dollar, hoch bis 39.000 US-Dollar. Nichtsdestotrotz hat der Markt die Legitimität, genauso wie er hier schon einmal zur Korrektur angesetzt hat, diese Korrektur erneut durchzuführen und bis in die Bereiche von 25.680 US-Dollar runter bis 23.631 US-Dollar zu korrigieren. Und wieso jetzt spezifisch diese Zone? In diesem Fall liegt hier die meiste Liquidität aus Market Maker Sicht. Wir sehen in diesem Fall hier im Bitcoin ein Monatschart die meiste Liquidität aufgebaut in Region 23.600 US-Dollar runter bis 23.400 US-Dollar. Und im 3-Monatschart die meiste Liquidität für die Market Maker abzugreifen in Region 24.400 US-Dollar runter bis 23.400 US-Dollar. Und dieser Liquidation Pool liegt wunderschön innerhalb unseres Kaufbereiches. Von daher, am Plan hat sich nichts geändert, Leute. Es ist einfach die Phase, in der wir uns befinden. Wir haben die preisliche Kapitulation bereits gesehen. Wir haben den Boden aus meiner Sicht in Bitcoin bereits gesehen. Doch jetzt befinden wir uns in der zeitlichen Kapitulation. Das heißt, der Markt tritt in eine weitere Seitwärtsphase ein. Denn Market Maker lassen den Kleinanleger letztendlich keine Chance, hier in den Markt zu partizipieren. Aktuell, es tritt Langeweile auf. Leute verlieren die Lust an Krypto und ziehen von dannen. Und das ist letzten Endes die Vorbereitung für den nächsten massiven Bullrun. Von daher, Leute, bleibt geschmeidig, bleibt geduldig. Ich weiß, es ist eine zähe Phase. Nichtsdestotrotz, alle diejenigen, die jetzt dranbleiben, die werden früher oder später dann im nächsten Bullrun belohnt. Und von daher, Leute, an diesem Fahrplan hat sich nichts verändert. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir noch diesen finalen Dump sehen. Genauso wie im vorletzten Video auch durchgegeben. Exakt diese Marke ist hier für mich interessant. Zudem stand gestern noch der Monatskerzenschluss hier auf der Agenda. Das heißt, der Switch vom August auf den September natürlich auch upgedatet innerhalb unserer Telegram-Gruppe. Falls du noch nicht Teil dieser Telegram-Gruppe bist, dann schau einmal in der Videobeschreibung nach dem Link. Vollkommen kostenlos für dich. Weiterer Mehrwert. Hier halte ich dich stets up to date zwischen den Videos. Du hast eine geile Community von über mittlerweile 2000 Mitgliedern zum Austausch. Da wird dir geholfen. Sämtliche Fragen, sämtliche Analysen gerne vorbeischauen. Und wir schauen uns einmal kurz den Monatskerzenschluss an. Denn im Telegram-Kanal darüber gesprochen, Bitcoin stand zu dem Zeitpunkt noch knapp überhalb des 50er SMAs. Respektive natürlich auch überhalb des 50er IMAs. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht, Leute. Wir schließen unterhalb des 50er IMAs. Soweit erst einmal weniger gut zu bewerten, positiv zu bewerten. Wir halten noch die Hochebene aus August 2022 und Februar 2023. Ein Auflagepunkt, zweiter Auflagepunkt. Den Retest haben wir bereits gesehen. Und innerhalb des August haben wir einen erneuten Retest gesehen dieser Marke, Leute. Wir stehen aktuell noch drüber. Und wir stehen aktuell ebenfalls noch überhalb des 50er IMAs. Hier aus Monatschartsicht. Wo liegt dieser? In der Region von 23.726 US-Dollar. Was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, Leute. Dieses Level liegt natürlich ebenfalls wunderschön innerhalb unseres Kaufbereiches. Langfristige Tranche, Investitionen werde ich hier durchführen. Und natürlich meinen nächsten Bitcoin Long Trade eröffnen. Dass wir innerhalb des Septembers, natürlich auch von der Preishistorie her rührend, darüber gesprochen, August und September negative Monate. Wir müssen uns auf eine zähe Phase einstellen, ehe es dann in den Oktober wieder mit weiteren Gains zu rechnen sind. Und in diesem Fall könnte es tatsächlich so passieren, dass wir innerhalb dieses Monats kurz einmal scharf abverkauft werden, in die Region exakt von 23.700 US-Dollar getriggert werden. Der Markt kommt zurück. Und wir sehen den Monatskerzenschluss dann überhalb dieser signifikanten Marke. Von daher natürlich eine weitere Bestätigung, weiterer Support hier für unseren Kaufbereich. Schauen wir uns zum Abschluss natürlich auch noch kurz an, was wird für den heutigen Tag wichtig. Aus Preislevel-Sicht, aber natürlich auch aus Wirtschafts-News-Sicht. Denn wir haben heute den NFP Friday vor der Tür. Non-Farm-Payroll-Friday. In diesem Fall wird heute der Arbeitsmarktbericht in den USA veröffentlicht. Gestern, die Inflationsdaten reinbekommen, haben aufgewiesen, aufgezeigt, dass die Inflation in den USA weiterhin hartnäckig ist. Nicht positiv zu bewerten für die Finanzmärkte und mit dem Hinblick auf die nächste Federal Reserve Zinsentscheidung. Und heute kommt ein weiterer wichtiger Indikator, nämlich der Arbeitsmarktbericht. Wir sehen, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft prognostiziert soweit erst einmal ein leichter Rückgang von vorherig 187.000 auf 170.000. Das wäre positiv zu bewerten für die Märkte, denn genau das ist das Ziel der Federal Reserve, den Arbeitsmarkt abzukühlen. Wenn wir den Arbeitslosen oder die Arbeitslosenquote betrachten, ist hier letzten Endes eine Stagnation prognostiziert von 3,5% auf 3,5%. Wäre soweit erst einmal neutral zu bewerten, positiv, auch wenn es komisch klingt, Leute, wäre letzten Endes ein Anstieg in der Arbeitslosenquote, denn das verfolgt die Federal Reserve als Ziel. Die durchschnittlichen Stundenlöhne natürlich ebenfalls wichtig. Hier wird prognostiziert ein leichter Rückgang auf Monatssicht von 0,4% auf 0,3%. Wäre soweit erst einmal bekräftigen und bestärkend für die Märkte auf Jahressicht, ist hier erst einmal mit einer weiteren Stagnation zu rechnen. Aus Preislevel-Sicht schauen wir uns kurz einmal die wichtigen Preislevel an. Natürlich Fahrplan, Abverkauf gilt weiterhin. Kurzfristiges Erholungstarget für den heutigen Tag, die Marke 26.425 US-Dollar. Wo kommt dieses Level her? Aus der Liquidation Heatmap hier von Highblock Capital. In diesem Fall in der 12-Stunden-Chart. In den letzten 12 Stunden ist die meiste Liquidität hinzugekommen in den Regionen von 26.425 US-Dollar. Hier haben die meisten Marktteilnehmer aktuell ihren Liquidationspreis von ihren Short-Positionen. Aus 7-Tages-Sicht ein sehr, sehr interessantes Level. Die Region des letzten Tiefs. Der Hochebene aus August 2022, Februar 2023. 25.200 US-Dollar runter bis knapp 25.000 US-Dollar. Damit würden wir hier in diese Region vorstechen und dann das letzte Low noch einmal antesten. Und das wäre es soweit erst einmal für das heutige Update-Video. Fahrplan sollte glasklar sein. Die wichtigsten Preislevel sollten glasklar sein. Falls du irgendwelche Fragen hast, steuere sie mir gerne in die Kommentare ein. Oder komm einfach in unsere Telegram-Gruppe. Wird dir jederzeit geholfen. Natürlich hoffe ich, dass ich einen Mehrwert heute stiften konnte. Falls es ihm so ist, würde ich mich natürlich ebenfalls über eine positive Wertung freuen. Like-Button-Smaschen. Falls du neu bist, gerne das kostenlose Abo dalassen. Jeden Tag ein Update genießen. Und natürlich keiner dieser wichtigen Fahrpläne mehr verpassen. Und jetzt wünsche ich euch schon mal ein wunderschönes Wochenende, Leute. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.